Freunde, einen wunderschönen Salo und herzlich willkommen endlich wieder zurück zu The Legend of Zelda Diminished Cap. Warum kam hier zu lange nichts? Es war zumal auch gut während Gamescom und Zeit und danach war ich hier noch bei Merle zu Besuch in der Woche. Also da kamen noch Videos, am 31. kam das letzte Video, da kam ich auch wieder zurück von Merle. Problem war nur, dass ich mir nach der Gamescom eine schöne Erkältung eingefangen habe und die dann erstmal schön genießen durfte, während ich bei Merle war, was mich mega abgefuckt hat und ich immer noch hoffe, dass ich sie nicht angesteckt habe. Aber Merle hat sich sehr gut um mich gekümmert, als ich gar nicht war. Aber naja, ich war auch danach noch immer etwas krank, mein Hals hat ein bisschen abgefolgt, ich musste es öfteren husten, muss ich vielleicht jetzt auch immer noch. Aber es geht einigermaßen wieder, meine Stimme ist auch wieder einigermaßen normal und ich würde sagen, wir können wieder richtig loslegen in Minish Cap. Ich weiß nicht, was wir im letzten Part gemacht haben. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier diese wunderschönen Fragimente suchen und das über den Wolken, um dann finally das letzte Element zu bekommen. Und auch die letzte Flasche, tatsächlich. Und das erste haben wir hier direkt gefunden, das ging ich schnell als gedacht. Wir checken natürlich direkt ab, ob es das ist, was wir hier direkt stehen haben. Das ist natürlich nicht nur eins, das sind mehrere. Und das ist es nicht, ich vollidiot. Ich wollte gerade sagen, das ist es, aber das war es doch nicht. Für die Leute, die sich auch fragen, was momentan mit WoW los ist, ich überlege gerade irgendwie, wie ich das ein bisschen optimieren, ein bisschen anders mache, weil ich gerade nicht so wirklich zufrieden damit bin. Mehr dazu in einem WoW-Video. Ich muss auch schauen, weil irgendwie, ähm, klar, über Themen reden und so macht mega fun, aber es nimmt mir auch sehr viele Themen weg, über die ich vielleicht mit einem Themen-Talk reden könnte. Und der Themen-Talk, den gibt es ja auch noch. Und der sollte auch irgendwann mal wieder kommen. Und zum Beispiel hatte ich es ja so geplant, dass ich in einem WoW-Part über die Gamescom rede. Und letztes Jahr habe ich das in einem Themen-Talk gemacht. Und irgendwie ist es, glaube ich, besser, das dann doch nochmal in einem Themen-Talk zu machen. Das ist jetzt aber das Richtige. Okay, das in einem Themen-Talk zu machen. Aber dann nehme ich mir auch ein Thema für WoW weg. Und deswegen bin ich da momentan so ein bisschen im Überlegen, ob ich das Ganze nicht vielleicht kombiniere. Und einfach während ich diesen Charakterspiele das einfach immer aufnehme. Und das dann das quasi als Gameplay-Hintergrund für den Themen-Talk verwende, sodass beides kombiniert wird. Ich weiß nicht, ihr könnt mir da mal eure... Eure Meinung in die Kommentare schreiben, werde ich mir da auf jeden Fall mal anschauen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf Minish Cap. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf Minish Cap. Äh, holy shit, holy shit. Äh, dafür bräuchte ich, glaube ich... Oder? Okay, man. Gut. Das heißt... Achso, ich muss... Ja. Ich muss dafür dich töten. Komm schon raus. Komm, komm, komm. So, genau, weil dann geht es wieder weg, weil anders kommen wir hier auch nicht weg. Aber es hat sich gelohnt. Ein weiteres Glücksfragment. Ich glaube, drei oder vier müssen es hier sein. I'm not really sure, aber... Ja, so um den Dreck. So. Wir graben uns hier durch die wunderschön flauschigen Wolken durch. Warum haben wir uns hier durchgraben müssen? Warum auch immer wir nicht einfach durchgehen können. Ich meine, es sind flauschige, weiche Wolken, meine Freunde. Es sind flauschig und weich. So. Ich glaube, wir hier mal runterheben müssen dann wieder eins zum Vereinen sein. Erstmal haben wir einen Lakitu. Aber wie kriege ich dich da raus? So. So, stopp mal bitte. Genau. Ist es das, was wir haben? Nein. Naja. Gut. Versteckt du irgendwas hier? Ich glaube jetzt zwar nicht, dass da direkt was drin ist. Aber man kann hier mal nachschauen. Ich meine, es schadet nie. Aber nein, hier ist absolut nichts. Das war... ...rube Zeitverschwendung. Naja. So. Ich gehe einfach mal weiter runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war... ...knapp. Wir schauen erst noch ein Dings. Okay, wir können auch rechts da auch gar nicht hin. So. Einmal Ruhe. Müsste röse Muscheln. Die umgeht mal gerne. Dafür gibt es ja auch immer noch ein Herzteil. Hehehe. Ob ich das hier bekommen werde? Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall. Ich gehe hier wieder. Euch, wunderschönen Wichser. Nein, ihr Wichser. Leute, eine ist runtergesprucht. Ich wollte nicht hoch. Ich wollte euch töten. Meine nämlich dann öffnet sich da den Weg. Nee, eigentlich nicht. Okay, so schauen wir mal nicht. Wir machen es wieder so. Und... Das haben wir aber. Perfekt. Ich weiß echt nicht, wie viele wir vereinen müssen. Müssen dann aber vier sein. Nee, es sind fünf. Es sind fünf. Jedes dieser Windräder muss... ...aktiv sein. Wir gehen jetzt mal nicht da hoch. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. So. Und schauen, was uns das bringt. Dann können wir auf jeden Fall auf der anderen Seite runter. Schauen wir nochmal, was uns das bringt. Okay. Okay, hier müssen wir euch wieder töten. So, du wärst schon mal tot. Wow. Der beginnt wieder selbstmord. Gut. Dann gibt es dafür auch ein weiteres Verkundement. Dann fehlen uns noch zwei, die wir sammeln müssen. Und dann müssen wir endlich nur noch kombinieren. Jetzt ist die Frage, wo bringt uns das denn? Das bringt uns zu einer Truhe. Äh, nein. Mach die Truhe auf. Das müssen wir so machen. So, ich geh jetzt mal noch nicht hier entlang. Einfach aus Prinzip. Denn... Ich möchte da noch... Oben. Da gab es ja auch noch einen Wirbelsturm. Den wir nehmen konnten. Für einen weiteren Weg. Und vielleicht ist dort dann das Teil zum Vereinen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir direkt wieder von Fischmann... Nein, er hat sich schon wieder selbst umgebracht, Alter. Wir bringen sich ja auch einen Selbstdurm. Was muss mit denen so? Hier gibt es eine Truhe. Das ist schon mal... Truhen sind immer schön. Vor allem, wenn sich dort... ...eins der goldenen Glücksfragmente drin befindet. So, aber mehr ist hier auch nicht. Das heißt, wir müssen noch eins finden. Und ansonsten nur noch vereinen. So, wir haben die sich die ganze Zeit hoch und runter gespringen. Das nervt nach einer Zeit wirklich mit diesem Wirbelsturm. Aber was will man machen? Man kann absolut gar nichts dagegen machen. Dann nehmen wir da hoch. Und dann müssen wir den Weg hin. Wurde oder übel. Da bleibt uns keine andere Wahl. Und wir müssen... Zwischen... Wow. Hier fallen wir auf jeden Fall runter. Und kommen hier dann direkt wieder hoch. Hat sich gelohnt. War einfach ein unnötiger Umweg. Geh gehen, Nintendo. So, und wo sind wir jetzt? Aber jetzt kann ich ihn runterfallen lassen. Um dort ein Fragment vereinzulernen. Und jetzt ist es genau das, das wir nicht haben. Okay, wir haben es. Das ist schon mal gut. Gerade so. So, dann aktiviert sich nochmal drei. Fehlen noch zwei. Uns fehlt aber noch ein goldenes Fragment. Woher auch immer wir das bekommen. Klar, wir können jetzt den Weg zurückgehen, aber... Ist das so eins zum Reindranken? Ja, das ist gut. So, da kommen wir nicht entlang. Aber da können wir landen. Und... Müssten wir da doch rein von Logik her das Letzte bekommen, oder? Ich glaube, da oben gibt es noch was. Ja, da müsste das Letzte drin sein. Zack, zack, zack. Da ist auch das Letzte drin. Perfekt. Ich werde da so ein Löcher zu... Ne, das ist ein Kuh. Das ist eine Muschel. Ist da drüben auch eine Kuh? Tatsächlich. So. Das heißt, wir müssen jetzt noch einmal dort unten hin. Nämlich hier. Oder es war hier, oder? Ich bin nicht dumm. Das müssen... Das haben wir noch nicht gemacht, oder? Nein. Gut. Perfekt. Und dann einmal da und dann müssen wir noch zum Anfang zurück. Wo wir dann auch nochmal vereinen müssen. Und dann haben wir alle. So. Genau da müssen wir... Wie wir das dann schlauesten anstellen, ist jetzt natürlich eine gute Frage. Müssen wir irgendwie mit dem Wirbelsturm zurückfliegen? Also mit dem hier. So. Das heißt, rein da. Man fliegt hier ja zum Glück relativ... Fast and the furious durch die Gegend. HHH XD. Ja, den habe ich gerade gewagt. So. Geh mal hier hin. Ich check hier alles außenrum ab. Ich glaube, das ist richtig, oder? Yes. Mensch, bin ich gut. So. Und dann haben wir hier das Letzte. Mit der wundersamen Wolke, Alter. Und dann aktiviert sich der letzte... Das letzte Windrad. Der letzte Windrad. Und es bildet sich... Ein übertriebenst fetter Wirbelsturm. Und die freuen sich auch voll den Ast ab. Joa. Nice. Dann gehen wir doch direkt hinterher. Uuuh. Wie sieht es denn eigentlich mit Herzteilen aus? Und wir haben zwei von... Schriftrollen, gut. Ich weiß, welche zwei uns fehlen. Äh, ja. Auf jeden Fall hier erstmal. Machen wir uns wieder frei. Äh, und dann checken wir mal, was sich hier so befindet. Nichts. Oh. Wir hatten hier oben dieses Gebäude errichtet. Tim, vielleicht kann uns hier jemand etwas über das Element sagen. Ach, sagt los. Wir gehen da jetzt tatsächlich auch rein. In dieses wunderschön Haus. So. Hier gibt es wieder ein bisschen was zum Vereinen. Gibt es aber erstmal Fragmente. Und das Schöne ist, hier gibt es grüne Fragmente in Truhen. Oh, ist das so schön. Ihr wollt nicht vereinen, dann will ich auch nicht mehr durchgehen. Tut mir leid. Zweite Etage. Du willst vereinen. Das gefällt mir doch schon. Und das haben wir auch. Grüne Fragmente haben wir. Schön gefahren. Kamulus, alter. Halt dich ernsthaft. Das war einfach nur eine Truhe. Wow. Trom... Ja. Und hier gibt es wieder ein grünes Glücksfragment. Wahrscheinlich genau das, das er haben wollte. Oder einfach aus Trollen. Nicht, dass das er haben wollte. Du hast eine schicke Monobraue. Aber auch du möchtest Fragmente vereinen. Und du möchtest natürlich auch grüne. Wer hätte es gedacht. Aber hey. Das haben wir auch. Deswegen muss man es. Entweder eine Truhe oder einen goldenen... Ja, einen goldenen Gegner. Meh. Was haben wir hier? Truhen. Blau. Blau, rot und grün. Komm, blau, rot und grün. Ihr habt meine Erwartungen zerstört. Ja, wow. Aber dann noch ein rotes. Kommt schon, Spiel. So. Aber man wird hier ordentlich belohnt mit Truhen. Nimm den großen Wörbel, wenn du hier auf dem Dach und zum Palast zugelangst. Ja, dann lass mich doch durch. Nice. Nice. Richtig aus dem Glücksfragment. So, ihr gegrüßt, wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir auf uns zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was wir die Ruine des Windes nennen. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was ihr sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten. Auch das Vati-Böses-Tut hat uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Lass das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Vatis Weg zum Forst. So ist es in den Legenden, die das Volk des Windes kennen. Gib Acht, wenn du alle vier Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist. Es ist möglich, dass auch Vati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten. Doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nun hin auf das Dach. Da brauchen wir eigentlich noch Fragmente mit dir. Kling. Ich glaube, von irgendeinem von hier kriegen wir dann auch die letzte Flasche. Das können sie sogar tatsächlich sein. Ich bin gerade dazu geneigt, das auszuprobieren, ob es dieses ist. Aber zuerst lässt du uns hier durch. Ich weiß nicht, wollen wir es ausprobieren? Wir machen es einfach mal. Okay, anscheinend haben wir hier oben keinen Empfang. Auch gut. Dann machen wir doch den Anschein. Auf geht's. In den vorletzten Dungion. Der Palast des Windes. Hab ich so etwas? Werde gedacht, dass hier oben ein großer Palast ist. Diese Höhe. Da zittert mir ja die Knie, wenn ich welche hätte. Tim, gib Acht, wo du hintrattest. Hier fällt man ziemlich tief. Ach. Sagt los, hier fällt man tief. Euch, Alter. Ich hasse euch immer noch so sehr. Wichser. Ich glaube, hier wird das erste Mal tatsächlich mit... Der Boomerang lohnt sich doch tatsächlich auch mal. Ich liebe diesen Boomerang. Achso, ja gut. So sollte man es eigentlich machen. Stirb mal bitte. Und ich mag die Musik in diesen Dungion, Alter. Ach ja, Zelda-Spiele haben immer so coole Musik. Ich muss sagen, jetzt wo ich wieder so ältere Zelda-Spiel spiele, ich habe hier auch privat Twilight Princess nochmal zu 100% durchgespielt. Wo ich auch nochmal feststellen, dass es okay, Breath of the Wild ist doch nicht das geilste Zelda es ist und bleibt Twilight Princess. Aber Breath of the Wild ist an zweiter Stelle. Irgendwo fehlt mir die Musik doch. Auch wenn es bei Breath of the Wild ganz gut gelöst ist. Ich meine, es ist schön atmosphärisch und so. Dass man einfach die Geräusche der Umgebung hauptsächlich hört und dann immer nur so die Pianomusik. Aber so jedem mehr ältere Zelda-Spiel ich wieder spiele, desto mehr vermisse ich die Musik irgendwie. Weil, Alter, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die Musik in Zelda-Spielen ist einfach, ist einfach der Shit. Wow, Freundchen. Auf den Gegenverkehr aufpassen. Da können wir noch nicht hin. Auf den Gegenverkehr. Da sind ganz weiche Wolken. Es macht bestimmt Spaß, wenn man da oben ist. Mhm. Und wenn man nicht gerade runterrollt. Mit diesem Bumerang spart man sich auch schön, ähm, Pfeile. Auch wenn wir 99 davon haben. Man muss ja sparsam sein. Es können harte Zeiten auf uns zukommen, ne? Mhm. Hier gibt's wieder Fett. Ah, genau. Hier hat man Bomben bekommen. Logisch. Dafür liebe ich die Fernsehunderbomben zum Beispiel. Oh, ich reibe bei meinem treuen Freund den Bumerang. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Bitte nicht. Dieser Bumerang ist doch praktischer, als ich ihn in Erinnerung habe. Ich hätte ihn schon damals öfter benutzen wollen. Der lohnt sich echt richtig. Man braucht ihn zwar nicht unbedingt, aber er lohnt sich. So, und ihr macht mir sowieso keinen Schaden. Also, ich weiß nicht, was ihr wollt. Wo gibt's dafür schon das Dungeon-Item? Tatsächlich. Der Greifenmantel. So, der ist nämlich das Gletschzeiten, das ist der Gefälder und der ist ziemlich fresh. Jetzt können wir fliegen. Hui, so, weil die Tür öffnet sich nicht mehr, jetzt müssen wir hier rüberfliegen. Bevor wir jetzt aber hier hochgehen, dafür brauchen wir den nämlich, dass wir da hochkommen. Gehe ich jetzt erstmal schnell hier hin, weil damit kriegen wir das hier auf, kommen da runter. Und kriegen somit ein wunderschönes Glücksmoment. Sonst hatten wir hier nichts. Nö. Gut. Dann können wir jetzt mit gutem Gewissen hier hochgehen. Und den brauchen wir auch, um die vorletzte Schwerttechnik zu bekommen. Mehr dazu, sobald wir sie haben. Wow, wow, wow. Oh, ich bräuchte nur noch. So, ihr geht mir dann nicht mehr auf den Sack. Ja, boah. Schlesraben bitte auch nicht. Achso, ja, je länger man gedrückt hält, dass du weiterfliegt nun übrigens. Und kann man auch über Minen und so fliegen. Jetzt darf ich's nicht verhauen. Ja, aber das heißt, ich darf's nicht verhauen. Das ist pretty easy. Und hier gibt's auch nur eine einzige andere. Ich weiß nicht. Denkt man wirklich, die oberen sind... Das soll verwirren, Alter. Oder denkt man wirklich, die oberen verwirren? Oh, shit, ich brauch dich. Und schwerer Gegner. Das wird ein heftiger Wind. Lass dich nicht wegpusten. Äh, hatte ich nicht vor. Zumindest noch nicht. Hier hab ich's ja bekommen. Genau so. Das war schon... fast zu weit. Natürlich! Ach, hier brauch ich dich. Nein, nein, nein. Boah. Spring! Wuhuhuhu! Das war, äh, Sackhares Breite, Alter. Dieses Gitter, es dreht sich bestimmt, wenn man kräftig rausstuft. Ach, sag bloß, haben wir ja nicht schon gemacht. Oh, Raubschleim. Aufpassen. Aber wir brauchen das Geld ja eh nicht. So, hier muss man sich jetzt einfach im richtigen Moment drauf fallen lassen. Schwupp. Das war... Ja. So. Da, 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 da. So. Was auch immer hier so schön ist. Ja, ja. So. Nach oben. Und nach oben. Und nach oben. Und nach oben. Gut. Ähm. Was haben wir jetzt vor uns? Und schneller wieder. Das ging schnell. Oh Gott. Das wird... So. Scheiße. Knörp. Komm. Ruh. Wieder einmal um Sackhares Breite. Oh, wieder voller Herzen. Also wirklich viele Gegner sind hier ja jetzt nicht unterwegs. Oh, ihr seid so ekelhafte Gegner hier haben. Und gerade noch so. Und wieder Timing. Das war... Alter, das läuft gerade alles so. Verfickt knapp ab. Oh, jetzt müssen wir hier hoch. Ja, runter. War wieder sehr knapp. Und hier hoch. Gut. Dann ist man hier drüben. Äh. Ich brauch... Den hier. Dass man da keinen Schaden bekommt, das ist echt... Ja. Perfekt. Ist ja auch kein Stück schwer. Was haben wir hier oben? Noch nichts anscheinend. Bring' wir mal rüber. Hier ist absolut gar nichts. Naja. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir aber den Part auf jeden Fall. Im nächsten Part werden wir dann weitermachen mit dem Dungeon. Ihn vielleicht sogar schon abschließen. Wer weiß, wer weiß. Ich hoffe auf jeden Fall, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst du mir immer einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lasst du einen Daumen nach unten da. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, bitte wieder Abend, indem ihr mal nächstes Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal in der Minish Cap, meine Freunde. Haut rein.